Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal eine kleine Einleitung zu dem, was in den nächsten Wochen kommen wird auf meinem Kanal. Und zwar werde ich die INAV Tuning-Serie komplett nochmal neu aufsetzen. Und zwar das Ganze diesmal geordnet in einer Playlist von Anfang bis Ende vom ersten Einrichten von INAV über den dokumentierten Maidenflug bis hin zu den finalen Flügen mit vollautonomem Flugmodi, sofern die Flieger natürlich dafür gebaut sind. Und zwar habe ich dazu drei Flieger vorgesehen, mit denen ich das machen werde. Alle mit verschiedenen Eigenschaften bezüglich Flugverhalten und zukünftigem Einsatzzweck. Das eine ist von Christian Meyer aus der FPV, aus der INAV Fixed Wing Group. Eine Mini-Talent, die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die ist soweit auch fertig aufgebaut. Die war auch früher schon mal in der Luft. Allerdings weniger erfolgreich und flog nicht besonders gut. Daher hat er mir die zur Verfügung gestellt, damit ich die dafür verwenden kann. Und ich werde die Mini-Talent einmal komplett neu konfigurieren, auf INAV 2.5 updaten dabei und komplett eintunen und einstellen, damit die dann auch vernünftig fliegt. Zum anderen habe ich noch einen Kai Pirinear 2. Der wurde mir auch freundlicherweise von Philipp Seidel zur Verfügung gestellt. Viele kennen ihn sicherlich von seinem Philipp Seidel-Blog, wo er sehr viel Content liefert und Anleitungen vor allem zu Quadcoptern, aber auch natürlich auch zu Rings und primär natürlich auch Betaflight. Und der dritte Flieger, den ich verwenden werde, das ist mein High-Speed AR-Ring, den ich schon mal in früheren Videos gezeigt habe, der mit einem sehr performanten Setup auf 4S läuft. Und diesen werde ich auch auf 2.5 updaten, komplett zurücksetzen und auch entsprechend als Performance- beziehungsweise Acrobatik-Ring konfigurieren. Dabei werde ich viele Sachen natürlich parallel machen. Die INAV-Konfiguration ist, die Initial-Konfiguration ist mehr oder minder identisch bei allen drei Fliegern, bis auf natürlich den anderen Mixer bei der Minitalon. Und überall, wo so die Unterschiede sind, werde ich dann entsprechend verschiedene Videos dazu machen, die dann parallel laufen und das Ganze in einer Playlist zusammenstellen. Dabei werde ich meinen eigenen Anleitungen folgen. Und zwar haben wir auf einer Fixed Wing Group Webseite hier, allerdings englischsprachig, meine Guides veröffentlicht, vor allem auch meinen großen Tuning-Guide. Den findet ihr einmal hier auf der Frontseite aktuell, weil das jetzt die letzten sind, die wir hochgeladen haben. Und den findet ihr dann auch über das Menü hier in den Tuning-Guides auch nochmal. Da seht ihr dann auch noch meine Anleitung, wie man Autolaunch richtig einstellt und hier die drei Phasen zum Tunen von INAV. Und ich werde da wirklich komplett Schritt für Schritt genau nach meiner eigenen Anleitung gehen und das Tuning entsprechend durchführen und in den Videos entsprechend dokumentieren, wie das Ganze dann abläuft und vor allem auch, wie gut das Ganze funktioniert. Ja, soviel erstmal zur Einleitung. Das erste Video sollte dann auch bald online gehen. Ich versuche morgen, bis morgen den Caipirinha 2 auch so weit zum Laufen zu bringen. Dann bekommt der morgen wirklich seinen Mainflug. Der liegt ja auch neben mir. Ich kann ihn ja mal ganz kurz in die Kamera zeigen. Und das ist jetzt der Caipirinha 2 vom Philips-Seil. Der war auch noch nie in der Luft. Der ist komplett jungfräulich. Und ich hoffe mal, dass ich ihn dabei natürlich nicht crashe. Ich weiß, dass der Caipirinha 2 etwas schwierig sein kann beim ersten Start. Und ja, morgen dann hoffentlich auch der Maiden. Da kommt ein Freund noch rum, der mit mir zusammen dann fliegen geht. Der wird mir dann auch entsprechend beim Werfen helfen, beim ersten Versuch. Wir wollen ja nicht im Autolound starten. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Joa, ich hoffe, das reicht erstmal als Einleitung für die ganze Geschichte. Und die nächsten Videos werden dann so im Laufe der kommenden Wochen Stück für Stück folgen. So wie ich dazu komme, entsprechend die Fliege auch auszuführen und zu fliegen. Und ja, ich hoffe, ihr lernt dann dabei auch was. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!